Okay, ich freue mich. Wuh! Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal, doch, ich weiß es, wann ich das letzte Mal hier zu euch in Deutsch gepredigt habe. Es war, glaube ich, der erste, erste. Ist schon ein bisschen her, oder? So, ich war sonst immer, ihr wisst es, die Zeit, wenn ich eingesetzt war im Predigtdienst, hat mich mein lieber Bruder Lutz oben eingesetzt, in Englisch. Und ich durfte da jetzt die paar Wochen das Wort in Englisch bringen, aber es ist so wunderbar, auch wieder hier zu sein in meiner Muttersprache. Wunderschön, und ich freue mich auf euch, und ich freue mich auf das, was der Herr für uns hat, und der Herr hat heute vieles für uns. Der Herr hat heute vieles für uns. Ich habe, und das habe ich selten, einen Titel schon jetzt, sonst kommt der Titel immer so irgendwie etwas später, aber ich möchte euch so ein bisschen Hunger machen auch drauf. Das Wort, das ich heute habe, trägt die Überschrift, denn der Kampf ist nicht mehr eure Sache, sondern Gottes, von der Macht des Lobpreises. Es geht heute um Lobpreis, es geht heute um Gebet, und ich habe vorweg, habe ich eine Bitte an euch auch. Ich weiß, dass wir in einer Zeit leben, wo wir uns gut informieren können übers Internet. Und wir haben sicherlich schon alle Predigten über Lobpreis gehört und Predigten über dieses Thema und Predigten über das Thema. Aber ich möchte immer wieder dahin kommen, dass wir immer wieder unseren Wissensbankrott anmelden, neu, und dass wir einfach hören, was sagt das Wort. Natürlich gibt es viele Dinge und viele Lobpreiser, die schon viel erlebt haben, viele bekannte Lobpreiser, die viel erlebt haben, und die auch viel zu erzählen haben. Aber möchtest du aus ihren Quellen schöpfen oder aus Gottes? Das ist die Frage. Und darum möchte ich uns einfach nochmal dahin ermutigen, einfach, okay, lass uns jetzt alles, und wenn wir heute über Lobpreis hören, alles erstmal leer machen und lass uns sehen, was sagt das Wort über dieses Thema? Und das, finde ich, ist sehr wichtig. Was sagt Gottes Wort, was sagt Gott selber über das Thema Lobpreis, über das Thema Gebet? Amen? Okay, unseren Predigtext finden wir heute in der zweiten Chronik, zweite Chronik 20, die Verse 1 bis 24, und es ist ein langer Text, ich werde den jetzt nicht ganz vorlesen, sondern wir werden immer wieder zu den Versen kommen und die Verse betrachten und versuchen zu verstehen, was Gott uns da in diesen Versen sagen möchte. Aber bevor wir jetzt das Wort betrachten, möchte ich auch nochmal mit uns beten. Vater, wir danken dir jetzt für diese kostbare Zeit, ja, und wie Sidney gesagt hat und schon gebetet hat, bitten wir dich zusammen, Herr, dass du unsere Herzen jetzt vor dir wirklich ganz weit auftust, Herr, dass du unsere Herzen öffnest, oh Herr, und dass du deinen Samen, das Wort Gottes, dort hineinlegst. In dem Namen Jesu komme ich gegen jede Gedankenfestung und gegen das störende Werk des Satans, der uns hindern will zu erkennen und wir reißen diese Gedankenfestungen nieder, diese Gedankenkonstrukte in uns, um uns, wir reißen all diese Mauern nieder, die uns die Sicht versperren wollen, in dem Namen Jesu und wir machen Bahn im Geist, dass das Wort heute tut an uns, wovon es spricht, in dem Namen Jesu. Denn wir halten hoch die Verheißung, die da sagt, mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, was finden wir heute in der zweiten Chronik 20 in den Versen 1 bis 24? Wir werden heute von einem König hören und dieser König heißt Joschafat. Und es war ein König, der auf den Wegen des Herrn ging. Das ist eigentlich, wenn man sich die Geschichte der Könige Israels und Judas mal anschaut, ist das eigentlich nicht so oft. Man kann schon sagen, es ist eine Seltenheit. Aber da ist einer gefunden und das ist Joschafat und der wandelte auf den Wegen des Herrn. Und die Geschichte Joschafats hat heute viel mit uns zu tun. Und wir werden uns, denke ich, heute jeder Einzelne irgendwo an irgendeinem Punkt irgendwann mal wiederfinden in dem Leben Joschafats. Joschafat war ein Mann Gottes und ein König des Volkes, der durch viele, viele schwere Zeiten gegangen ist. Spreche ich hier vielleicht jetzt schon zu jemandem. Ist es euch vielleicht schon mal vorgekommen, dass ihr durch Lebenskrisen wandelt? Dann seid ihr genau richtig, mit mir dieses Kapitel zu betrachten und diese Verse zu betrachten. Denn Joschafat, dem war es nicht fremd, durch Krisen zu gehen. Und bemerkenswert ist, wie er diese Krisen angegangen hat, in diese Krisen hineingegangen ist und am Ende wieder herausgekommen ist. Und das ist, denke ich, wichtig. Denn darum brauchen wir uns nicht streiten, dass wir alle irgendwo in Krisen kommen. Wer dieses Leben aktiv lebt und nicht irgendwie neben sich steht, sondern wer es bewusst wahrnimmt, der weiß, dass wir tagtäglich in Kämpfe verwickelt sind. Und so war es auch Joschafat. Und tagtäglich eröffnen sich neue Schlachtfelder vor uns. Tagtäglich erreichen uns vielleicht irgendwelche Botschaften, Schreckensbotschaften, die uns einschüchtern. Leibliche oder seelische Nöte, die uns knechten wollen. Verfolgung, Krankheit oder Sorge. Irgendwo stehen wir alle auf dem Kriegsfeld. Und da, denke ich, ist es für uns wichtig, dass wir biblisch fundiert sehen und erkennen, wie wir uns zu verhalten haben, damit wir am Ende siegreich davongehen. Amen? Und darum geht es. Und ich sage euch, und das wisst ihr selber, tagtäglich ist um uns herum ein hässlicher, bitterer Krieg entfesselt. Und der Satan hat nichts Geringeres vor, als uns unsere Sicherheit und unsere Freude in dem Herrn zu stehlen. Denn er weiß, besser als wir oft, und das sollte uns beschämen, dass die Freude am Herrn unsere Kraft ist. Dass die Freude in dem Allmächtigen große Kraft und Stärke ist. Und darum ist tagtäglich ein bitterer Krieg entbrannt, um deine Freude, deine Sicherheit, deine Hoffnung, dein Glauben und deine Zuversicht in Gott zu stehlen. Was hat Christus gesagt, wenn das Wort, das Evangelium ausgesät wird? Was tut der Satan? Er kommt und stiehlt es den Menschen von den Herzen, damit sie nicht selig werden. So, und da wollen wir sehen, wie wir dagegen anwirken können. Amen? Zuerst einmal, wer war Josaphat? Dass wir uns erstmal den Charakter Josaphat so ein bisschen anschauen. Josaphat war ein König, der Gott fürchtete. Und das ist ganz wichtig. Josaphat war ein König, der Gott fürchtete und mutig die Sachen des Herrn sozusagen vorantrieb und dafür einstand. Wir lesen etwas weiter vorher, ein paar Kapitel vor unserem 20., nämlich im Kapitel 17, Vers 6 von Josaphat. Und da steht geschrieben, Und sein Herz gewann Mut auf den Wegen des Herrn, und er beseitigte wieder die Höhen und die Aschirim aus Judah. Da waren andere Könige vor ihm und die haben anderen Göttern nachgehurt und haben ihre Aschirim aufgestellt und ihre Höhen wieder instand gesetzt. Das waren Pilgerorte und Anbetungsorte falscher und fremder Götter. Aber Josaphat hat sich gesagt, nein, ich gehöre und ich diene dem einzig wahren Gott und dieser Gott hat sein Wort hinterlassen, namentlich, was wir heute haben, die Bibel. Und er hat ganz klar gesagt, wie wir anbeten sollen und wen wir anbeten sollen. Und so hat er die ganzen Standbilder der Aschirim niedergerissen. Das soll uns einfach nur zeigen, dass er wirklich ein Mensch war, ein Mann war, dessen Herz wirklich mit dem Herrn ging. In 2. Chronik 17, 10 lesen wir, Und der Schrecken des Herrn, und das ist eine Auswirkung von dem Segen, der auf den kommt, der den Herrn fürchtet. Und der Schrecken des Herrn kam über alle Königreiche der Länder, die rings um Judah herum waren, sodass sie nicht gegen Josaphat kämpften. Die treue Josaphats zu dem Herrn hat Segen gebracht, dass Josaphat sein Königtum in Ruhe ausleben konnte, weil der Schrecken des Herrn auf die umliegenden Königreiche gefallen ist. Wir kennen so eine Geschichte und so eine Begebenheit, als der Auszug aus Ägypten vollzogen war und das Volk durch die Wüste schon gegangen ist. Und Jahrzehnte, bevor sie Jerechio eingenommen haben, fiel schon der Schrecken auf Jerechio. Sodass, als sie dann die Einnahme kurz zuvor hatten, dass die Bürger Jerechios schon gesagt haben, oh, wir haben schon lange vor euch gehört, schon als der Herr euch durch Schilfsmeer geführt hat, haben wir schon gezittert. Und dies war nun auch hier bei Josaphat. Er wurde in Ruhe gelassen von seinen anderen Königskollegen da, die ihm nachstellen wollten, weil der Schrecken des Herrn auf sie gefallen ist. So Gott beschützte Josaphat und ließ ihm sozusagen sein Königtum in Ruhe ausleben. Doch dann geschah etwas. Und ihr Lieben, das ist wieder so ein Bildnis auch für uns. Dann geschah etwas. Auch wir, wir sind gottesfürchtig und wir sind aber dennoch nicht vor Krisen verschont. Dass du zu Christus gehörst, heißt ja nicht, dass du auf einmal in so einer gebetteten Nebelwolke bist, die vielleicht noch rosa-rot glitzert und dir passiert nichts. Nein, im Gegenteil. Ich habe da schon öfters von gepredigt. Weil wir zu Christus gehören, sind wir tagtäglich in einem Krieg verwickelt. Da ist ein Widersacher, der uns wegreißen will von dem Herrn. Aber der Herr beschützt uns. Aber hier geschah etwas bei Josaphat. Gott erlaubte den Feinden, dass sie sich gegen Josaphat erheben. Also Gott hat sozusagen seine souveräne Hand des Schutzes von Josaphat einmal weggezogen. Nun gehen wir in unseren Text. Zweite Chronik 20, 1 bis 2. Und es geschah danach, da kamen die Söhne Moab und die Söhne Ammon und mit ihnen einigen von den Moinitern zum Kampf gegen Josaphat. Und man kam und berichtete Josaphat, und jetzt kommt der Bericht, eine große Menge ist gegen dich gekommen von jenseits des Meeres, von Aram und siehe, sie sind schon in Hatzesontama, das ist Engedi. So für uns jetzt erstmal, okay, Josaphat war unter dem Schutz des Herrn und Gott hat auf einmal den Schutz von Josaphat weggenommen, sodass die umliegenden Könige und Königreiche, das pustet hier immer so ein bisschen, dass die umliegenden Könige und Königreiche nun auf einmal angefangen sind, angefangen haben, Josaphat attackieren zu wollen. Für uns jetzt, warum lässt Gott sowas zu? Habt ihr euch schon mal die Frage gestellt, warum lässt Gott das eigentlich zu? Ich sage euch, das Warum wird uns immer im Kreis drehen lassen, das Wozu ist. Das ist viel besser, wenn wir das mal fragen. Warum führt zu nichts? Frage lieber, wozu dient es jetzt? Und auch hier hat es zu etwas gedient. Wozu dient es, dass diesem Josaphat jetzt sozusagen so eine furchtbare Botschaft übermittelt wird? Und ich persönlich glaube, dass es für Josaphat an der Zeit war, Gottes Herrlichkeit gesehen in großer Rettung und Gnade neu kennenzulernen. Ich meine, Josaphat hat etwas von der Herrlichkeit Gottes gesehen, in dem Gott auf wundersame Weise seine Souveränität offenbart hat und die umliegenden Völkerschaften sozusagen gehalten hat, dass sie ihn nicht angreifen. Aber jetzt hat Gott gewollt, okay, ich möchte meine Herrlichkeit erweisen, meine Macht erweisen, meine Majestät erweisen, auf andere Art und Weise. Und nun hat Gott es zugelassen, dass die umliegenden Königreiche sich zum Krieg gegen Josaphat bereit machen. Und auch in unserem Leben passieren oftmals Dinge, in unserem Leben als gläubige Kinder Gottes passieren oftmals Dinge, vielleicht furchteinflößende Botschaften, die auch uns erreichen, die uns wirklich bis ins Mark und Bein erzittern und viel Sorge in unser Leben spülen. Aber Gott verfolgt ein Ziel mit dir und mit mir. Und das ist auch, dass wir mehr und mehr die Herrlichkeit unseres Gottes sehen. Dass wir die Herrlichkeit unseres Gottes sehen. Ich meine, die Herrlichkeit Gottes zu sehen ist nichts Geringes. War es wohl für Martha eine schlimme, schreckliche Botschaft, dass ihr Bruder Lazarus gestorben ist? Das denke ich doch wohl. Das ist eine schreckliche Botschaft. Aber was war die Antwort Jesu darauf? Jesus hat gesagt, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern um der Herrlichkeit Gottes willen. Das heißt, mit anderen Worten, Lazarus musste sterben, damit die Herrlichkeit Gottes offenbar wird. Gottes Interesse, dass die Herrlichkeit offenbar wird, war ihm so viel wert, dass Lazarus sterben musste. Das muss man sich mal vor Augen halten. Die Herrlichkeit Gottes zu sehen, ist nicht ein kleines Ding in unserem Leben, das so ein Beiwerk des Christentums ist. Sondern das ist was. Jesus hat dann zu Martha gesagt, als sie völlig verweint war, und sagte, ach Herr, wärst du früher gekommen? Wiederholt Jesus das und sagt, habe ich dir nicht gesagt, wenn du nur glauben würdest, du würdest die Herrlichkeit Gottes sehen? Und erinnert euch, als Jesus das hohe priesterliche Gebet in Johannes 17 sprach, was hat er da gesagt? Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, dass sie bei mir sind, damit sie was? Damit sie mir immer Lobpreis bringen? Nein, damit sie meine Herrlichkeit sehen. So, es ist der Wille Jesu, der erklärte Wille unseres Gottes, dass wir bei ihm sind, damit wir seine Herrlichkeit sehen. Und aus diesem Kontext ziehe ich für mich die Schlussfolgerung, der Grund, warum Gott es zuließ, dass Josaphat jetzt angegriffen wurde, war eben dieser, damit Josaphat die Herrlichkeit Gottes sieht in der Rettung und Gnade des Herrn. Amen? Amen. Okay. Wo sind wir? Also, die Botschaft hieß dann, für Josaphat, eine große Menge ist gegen dich gekommen, die Söhne Moab und die Söhne Ammon, von jenseits des Meeres und Aram. Und siehe, sie sind schon in Hazizontama, das ist Engedi. So, die Reaktion Josaphats auf diese Botschaft ist genau das, was auch wir tun sollten, wenn eine Schreckensbotschaft zu uns kommt, ihr Lieben. Lasst uns mal sehen, wie die Reaktion Josaphats jetzt in diesem Moment war. Josaphat erhält also eine Botschaft, dass die Feinde nicht nur schon auf dem Weg sind, sondern sozusagen schon vor den Stadtmauern lagern. Also, es war schon sehr brenzlig gewesen. Und Josaphat hat sich natürlich gefürchtet. Natürlich. Wer von uns würde sich nicht fürchten? Gerade jetzt im Irak und die vergangenen Jahre seit 2014 sehen wir, was es heißt, wenn Städte belagert werden und andere einem nach dem Leben trachten. Ich hätte mich auch gefürchtet. Aber Josaphat hat was Gutes getan. Die Verse 3 und 4 aus 2. Chronik 20. Da fürchtete sich Josaphat und richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen. Ihr Lieben, wenn das nächste Mal eine Schreckensbotschaft zu euch kommt, tut das zuallererst. Geht zum Herrn. Lass es einfach sein, sofort irgendwo nach rechts und nach links bei Menschen Hilfe zu suchen, die dich am Ende doch nur enttäuschen. Sondern wenn die nächste Schreckensbotschaft auf dich zukommt und ich sage dir, sie wird kommen. Ich kenne dieses Leben schon ein bisschen und die letzten Monate in meinem Leben haben viele schreckliche Botschaften gebracht und das letzte Jahr. Aber eins sollten wir lernen, dass wir hinkommen zum Herrn und sein Angesicht zuallererst suchen und unser Herz vor ihm ausbreiten. Und das tat Josaphat. Und er rief ein Fasten aus in ganz Judah. Vers 4. Und Judah versammelte sich, um von dem Herrn Hilfe zu suchen. Sogar aus allen Städten Judas kamen sie, um den Herrn zu suchen. Ich wünsche mir, dass wir wirklich diesem biblischen Beispiel folgen. Egal, was auf uns zukommt. Egal, wie schlimm die Botschaft auch sein mag. Lass uns zum Herrn damit gehen. Denn für ihn ist die Sache nicht zu groß. Die Sache ist groß vor unseren Augen. Aber für unseren Gott ist keine Sache zu groß. Er weiß genau damit umzugehen und er weiß uns sicher zu retten. So lass uns zu ihm gehen. Ich meine, wenn deine Ehe am Zerbrechen ist, renn zum Herrn. Wenn deine Gesundheit dir flieht und du weißt nicht, wie und wohin, renn zum Herrn. Wenn Schreckensbotschaften, Nöte, Probleme, Sorgen, Schmerzen an dir nagen, renne zum Herrn. Und du tust gut daran, auch mal zu fasten. Es ist wichtig, dass wir das lernen. Josaphat gibt uns hier ein biblisches Beispiel, wie wir in Krisen handeln sollen. Amen? So. Und Josaphat hatte so einen kindlichen Glauben, der ihm belohnt wurde. Jesus hat gesagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, so werdet ihr das Reich der Himmel nicht mal sehen. Nicht mal ererben. Nicht mal sehen. Ihr werdet es nicht mal sehen. So und Josaphat hatte diesen kindlichen Glauben. Und lass uns mal ein bisschen das Gebet Josaphats studieren und sehen, in welch einer Art und Weise er zu dem Herrn kam. Und das ist so, ich sag's jetzt schon, es ist so anders, als wir das manchmal tun. Es ist so anders, als wir das manchmal tun. Okay. Josaphat beginnt sein Gebet, indem er alle souveräne Herrschaft Gott zuschreibt. Und das ist so wichtig. Oh, wir sind manchmal so voll beladen mit unseren Sorgen, dass wir beten und wir erzählen Gott nur unsere Sorgen. Wir fangen an und ja, wir beten zwar, aber es sprudeln nur Sorgen aus uns. Und wir merken, wie hoffnungslos und immer ängstlicher werden wir, weil unsere ganzen Gebete sind nur gefüllt. Der Inhalt unserer Gebete ist nur erfüllt mit den Sorgen. Als müssten wir Gott informieren, was mit uns los ist. Ihr Lieben, das müssen wir nicht. Josaphat hat das ganze Ding andersrum aufgezogen, sondern er hat erst mal angefangen und hat in seiner Furcht und in seiner Angst erst mal angefangen und hat den Herrn erhoben und gerühmt. Er sprach, Herr, Gott, unser Vater, bist du es nicht, der der Gott ist im Himmel? Und bist du es nicht, der Herrscher ist über alle Königreiche der Nation und in deiner Hand ist Kraft und Macht und niemand kann gegen dich bestehen. Oh, wenn wir doch lernen würden, auf diese Art und Weise zu beten. Bitte, versteht mich nicht falsch. Ich rede nicht davon, dass wir uns Gebete aufschreiben und so runterlesen. Nein, nein, nein. Ich rede davon, dass unser Herz so gefüllt ist mit den Verheißungen Gottes, so gefüllt ist mit der Größe Gottes, dass wir so sozusagen übersprudeln und übersprudeln von der Größe Gottes, dass das ist, was unser Gebetsleben bestimmt. Gott weiß doch, was uns belastet. Ihn brauchen wir nicht informieren. Aber was viel wichtiger ist, ist, dass wir erst mal die souveräne Herrschaft und die Souveränität und die Macht Gottes proklamieren hinaus in die sichtbare und unsichtbare Welt um uns herum. Und ihr werdet sehen, wenn wir das tun wie Josaphat, dann werden wir schon beim Beten Hoffnung und Zuversicht und Kraft empfangen. Dein ganzes Gebetsleben wird sich verändern, wenn du anfängst mit dem Herrn anstatt mit deinen Problemen. Okay? Josaphat hat ganz anders gebetet. Herr, Gott unserer Väter, bist du es nicht. Oh, bist du es nicht, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Mein Leben ist in deiner Hand. Mein Leben liegt verborgen in deinen Händen. Ich gehöre dir. Lass uns auch so beten. Selbst wenn wir so verzweifelt sind und selbst wenn wir so verängstigt sind, dass unser Innerstes förmlich zerschmilzt, lasst uns eine Sicht von Gott haben, die uns in diese Richtung Gebete leitet. Das hat natürlich auch was damit zu tun, dass wir den Herrn natürlich im Worte suchen und sehen und erkennen. Natürlich wird es einem schwerfallen, sage ich einmal, der nicht im Wort zu Hause ist und vielleicht den Herrn gar nicht kennt. Also rede ich erst mal zu uns und möchte uns auch dahin ermutigen und ermahnen, dass wir im Wort zu Hause sind, dass wir unsere Herzen baden im Wasserbad des Wortes. Denn wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund über. Und du kannst es in den Gebetsversammlungen einer kleinen Gemeinde, wie wir es sind, kannst du ganz schnell feststellen, wovon das Herz gefüllt ist. Ganz, ganz schnell. Denn wovon das Herz voll ist, da geht der Mund über. Und deswegen möchte ich uns einfach ermutigen, kommt, lasst uns den Herrn suchen, wie es Joschafat tat. Lasst uns immer wieder jeden Tag neu überwältigt werden von der Größe unseres Gottes. Und ihr werdet sehen, euer Gebetsleben wird sich verändern. Denn ihr habt im Fokus die Majestät Gottes, die Größe unseres Gottes. Amen. Also, er fing an, alle souveräne Macht dem Herrn zuzuschreiben. In deiner Hand, oh Gott, ist die Kraft und die Macht und niemand kann gegen dich bestehen. Amen. Lass uns weiter das Gebet von Joschafat studieren. Auf welche Weise hat Joschafat jetzt weitergebetet? Wir sind im Vers 7, 2. Chronik 20, 7. Er sagt, hast du, unser Gott, nicht die Bewohner dieses Landes vor deinem Volk Israel vertrieben und es den Nachkommen Abrahams deines Freundes gegeben für ewig. Also, der erste Punkt, den Joschafat tat beim Studieren dieses Gebetes ist, er hat alle souveräne Macht und Herrschaft Gott zugeschrieben. Und dann könnte man sagen, ja, aber jetzt muss er doch seine Not endlich mal dem Herrn erzählen. Nein. Dann hat er etwas weiteres getan. Er hat dann angefangen, sich zu erinnern an Gottes Treue aus vergangenen Zeiten. Und auch das ist wie ein Energieschub und ein Hoffnungsschub und ein Schub der Zuversicht für uns. Fang an, in deine Gebete einzubauen, was Gott schon getan hat. Kirchengeschicht nicht gesehen? Oder aus deinem eigenen Leben? Hast du mich nicht befreit aus der Macht der Drogen? Hast du nicht die Ketten gebrochen, in denen ich gefangen war? Wirst du nicht auch diese brechen, Herr? Oh Herr, ich weiß, du bist treu, du hast mich nie verlassen. Menschen haben mich verlassen und verletzt, aber du niemals. Wenn wir so beten, signalisieren wir dem Herrn, dass wir festhalten an seiner Treue. Psalm 91, er hat sich verpflichtet, weil er meinen Namen kennt, will ich ihn erretten. Du tust sozusagen, indem du die Verheißungen Gottes betest und dich erinnerst an seine Treue. du verpflichtest den Herrn sozusagen verpflichten, jetzt nicht falsch verstehen, er ist zu nichts verpflichtet, aber er ist verpflichtet, sein Wort zu halten, da hat er sich selber zu verpflichtet und wenn er in Psalm 91 sagt, weil er meinen Namen kennt und mich anruft, will ich ihn erretten, ich meine, besser kann es für dich nicht laufen, oder? Das schaffst du nicht, indem du dem Herrn in Kenntnis setzt über die neuesten News deiner Probleme. Okay? Also, der zweite Punkt ist, Josaphat betete weiter, indem er sich an Gottes Wundertaten aus vergangenen Zeiten erinnerte und dann erst um Hilfe gebeten hat. Und das ist wichtig, ihr Lieben. Ich will das ja nicht sagen, dass der Aspekt des Hilferufes nicht wichtig ist und nicht kommt, aber er kommt von der Prioritätenreihenfolge weiter hinten. Wichtig ist es, dem Herrn erstmal, dass wir ihn sehen, in seiner Majestät und in seiner Kraft. Amen? Amen. Also, Josaphat gedenkt in seinem Gebet an Gottes großer Treue und tu du das auch. Tu du das auch. Und wenn auch wir lernen, auf diese Art und Weise zu beten, ihr Lieben, wird sich nicht nur das Gebetsleben an sich verändern, dass wir vom Text her andere Sachen aussprechen, sondern es wird sich um uns herum die ganze Atmosphäre ändern. Du bist vielleicht furchtsam in deine Gebetszeit herausgekommen. Lese mal die Psalmen und gerade die Psalmen Davids. Es sind ja Gebete und Gesänge. So oft lesen wir von David, dass er fast schon entmutigt und depressiv, ich sag's mal so, fast schon, also fast schon melancholisch den Psalmen begonnen hat, dann angefangen hat, was Josaphat getan hat, Gott erhoben hat, Gott gesehen hat und am Ende des Psalmes siehst du einen David, der mutig wie ein Löwe da rauskommt und sagt, ja, unser Gott, du wirst und du und du machst und alles und bam und peng. Das ist es, was ich meine. Die ganze Atmosphäre um uns herum in unserer Situation wird sich verändern. Ja, wir gehen furchtsam in diese Sache, wenn Schreckensbotschaften kommen, aber wir müssen nicht so bleiben, sondern Gott wird die Situation um unsere Willen und um seiner Ehre Willen verändern. Amen. Und da macht Josaphat weiter. Er erinnert sich weiter daran, was Gott getan hat, Verse 8 und 9. Wir gehen so ein bisschen durch unseren Text durch, der ist sehr lang, aber wir machen so ein bisschen, ein paar Verse lassen wir auch aus und er sagt in Verse 8 und 9 und sie haben darin gewohnt und haben dir ein Heiligtum darin gebaut für deinen Namen und gesagt, das war in der Vergangenheit, das war unter David. Er erinnert sich an die Dinge, die unter David geschehen sind bei der Einweihung des Tempels und des Hauses Gottes. Wenn Unglück über uns kommt, Schwert, Strafgericht oder Pest oder Hungersnot und wir treten vor dieses Haus und vor dich, denn dein Name ist in diesem Haus und schreien zu dir um Hilfe aus unserer Bedrängnis, dann wirst du hören und uns errennen. Wisst ihr, was er tat? Er nahm Gott, und ich nehme dieses Wort jetzt wieder, er nahm Gott in die Pflicht, in die sich Gott ja selber genommen hat, zu seinem Wort zu stehen und er nahm die Verheißungen ernst und hat sich, und das hat Christine heute auch schon gebetet, habe ich gehört, er hat sich auf die Verheißungen Gottes gestellt. Seine Treue ist uns Schild und Schirm. Amen. Dass er hält, was er verspricht, wunderbar ist dieser Gott und keiner ist ihm gleich, ist auch keiner Gott wie er. Okay, weiter, wir gehen etwas weiter. In Verse 10 bis 12 bereitet Josaphat dann zum Schluss seine Bitte sozusagen vor und er breitet sie aus vor dem Herrn. Und da kommt erst das, worum es eigentlich geht für ihn jetzt, um aus dieser Situation herauszukommen. Zweite Chronik 20, 10 bis 12 Und nun siehe, da stehen die Söhne Ammon und Moab, die vom Gebirge. Und natürlich wusste der Herr schon vorher Bescheid, aber er bringt es dem Herrn und sagt, Herr siehe, sie haben sich gegen uns zusammengerauntet. Wie eine Apostelgeschichte. Herr siehe an ihr Schnauben. So, 11, ich kürte das so ein bisschen ab, sie kommen, um uns aus deinem Besitz zu vertreiben, den du uns zum Besitz gegeben hast. Und jetzt hört mal, jetzt hört mal, wie Josaphat jetzt in kindlicher Zuversicht weitermacht und um Hilfe bitte, das ist so wunderbar. Er sagt, unser Gott, willst du sie nicht richten, denn in uns ist keine Kraft. Vor dieser großen Menge, die gegen uns kommt. Wir erkennen nicht, was wir tun sollen, sondern auf dich sind unsere Augen gerichtet. Ich muss das einfach so sagen, ich habe so ein, so eine Abneigung manchmal gegen diese ganze, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, gegen dieses ganze aufgepuffte, charismatische Plimm und Plamm in unserer heutigen Zeit, wo dir immer suggeriert wird, du bist ein Sieger und du musst es nur und, natürlich, ja, in Christus sind wir mehr als Überwinder. Aber wisst ihr was, es ist manchmal ganz gut, dass wir anerkennen, dass wir ohne ihn nichts sind. Nichts. Gar nichts. Und all diese charismatischen Wohlstandsevangeliumsprediger, die sich hinstellen und sagen, hier bin ich der Meister des Glaubens, wenn Gott seine souveräne Hand wegziehen würde, würden sie sehen, sie würden sich nicht mal die Schuhe zubinden können, ohne dass die Kraft Gottes auf sie rauffällt. Und wir sollten auch anfangen, dass wir Gott immer wieder signalisieren, Herr, ich kann nicht ohne dich. Ich kann nicht ohne dich. Was soll ich denn ohne dich tun? Wohin soll ich gehen, wenn du mich nicht führst? Ich bin nicht mal fähig, mir einen Schritt vor den anderen zu tun, ohne dass ich hinfalle. Es gibt Tage, da bin ich nicht mal fähig, ich komme mich noch nicht mal aus dem Bett, ohne zuvor gesündigt haben. So, wenn Gottes Gnade uns nicht zieht, wenn Gottes Gnade uns nicht bereitet, wenn Gottes Gnade nicht um uns herum ist, wenn seine souveräne Hilfe nicht für uns da ist, dann können wir nichts tun. Wir sind hoffnungslos verloren. Fernab von Christus, sag ich es mal so, sind wir einfach nur Empfänger eines gerechten Strafgerichtes. Zu empfangen, was wir verdient haben. Wir sind verloren. Du und ich, wir sind verloren ohne Christus. Und es tut gut, dass wir uns daran erinnern, dass nur durch Christus und in ihm all unsere Sicherheit ist, nicht in meinem Arm, nicht in meiner Position, auf meiner Arbeit, nicht durch meinen Job füllt sich mein Kühlschrank, nicht durch meine Kraft schaffe ich es, meine Familie voranzubringen oder für meinen Sohn oder meine Töchter oder meine Frau da zu sein, ein Ehemann nach dem Herzen Gottes zu sein, ein Vater nach dem Herzen Gottes für meine Kinder. Ich schaffe es aus mir selbst heraus nicht, aber die Gnade Christi hat aus mir gemacht, was ich heute bin, hat Paulus gesagt. So und das ist es nur, worauf ich unsere Augen mehr lenken will. Das hat etwas mit kindlichem Vertrauen zu tun, was Josaphat hier tut und er sagt, wir erkennen nicht, was wir tun sollen. Wir halten uns manchmal für so weise, dass wir wüssten, wo es lang geht. Wir sind die Macher, ja, sind wir nicht. Wir erkennen gar nicht, wohin wir gehen sollen. Nicht umsonst sagt uns das Neue Testament, hey, heute sprecht ihr so, dass ihr morgen in diese und jene Stadt gehen wollt, aber sprecht nicht so. Sagt lieber, so der Herr will und wir leben. Ich meine, das sollte uns irgendwie zu denken geben. Wir machen uns so große Pläne. Ich weiß nicht mal, ob ich morgen auf die Arbeit komme, so der Herr will und ich lebe. Und wenn nicht, dann weiß ich, dass ein besserer Platz auf mich war. Okay, ich schweife ein bisschen ab. Ich möchte, dass wir noch einmal sehen, in welch kindlicher Zuversicht Josaphat vor Gott tritt. Er sagt in Vers 12, unser Gott, willst du sie nicht richten? Denn in uns ist keine Kraft vor dieser großen Menge, die gegen uns kommt. Er sagt, in uns nicht, aber in dir. In uns ist keine Kraft vor dieser großen Menge, die gegen uns kommt. Wir erkennen nicht, was wir tun sollen, sondern auf dich. Oh ihr Lieben, auf dich sind unsere Augen gerichtet. Mach das zu deinem täglichen Gebet. Wenn du morgens aufstehst, sag dem Herrn, Herr, ich weiß nicht, wo es heute für mich lang geht. Und in mir selbst, aus mir selbst ist keine Kraft, um überhaupt erst mal aus dem Bett zu steigen. Aber Herr, auf dich sind meine Augen gerichtet. Auf dich sind meine Augen gerichtet. Amen? Amen. Ich sag's mal so, wer sich so vor Gott demütigt, der kann fest mit seiner Hilfe rechnen. Auch wenn die Hilfe Gottes Gnade ist, aber mit dieser Gnade kannst du dann rechnen. Wer sich demütigt vor dem Herrn, der wird von ihm erhöht werden. Das ist eine Verheißung. Amen. Und wer sich so vor dem Herrn demütigt, der kann fest mit seiner Hilfe rechnen. Und seht mal, was Gottes Antwort auf diese Art der Herzenshaltung und dieses Gebet war. Wir gehen weiter in unserem Predigtext, 2. Chronik 20, 15 bis 17. Und Jehaziel sprach. Jehaziel ist jetzt hier ein Mann Gottes, über den der Geist Gottes kam und er sollte nun dem König Prophet sein. Hier steht nun, und Jehaziel sprach, Merkt auf ganz Judah und ihr Bewohner von Jerusalem und du, König Josaphat, so spricht der Herr zu euch. Fürchtet euch nicht und seid nicht niedergeschlagen vor dieser großen Menge, denn der Kampf ist nicht eure Sache, sondern Gottes. Halleluja. Das sind Botschaften, die wir nach Schreckensbotschaften brauchen. Dass wir wirklich hören, fürchte dich nicht. Siehe, der Kampf ist nicht mehr dein. Es ist Gottes Sache. Amen. Morgen zieht gegen sie hinab. Siehe, sie kommen, die Anhöhe von Tis herauf und ihr werdet sie am Ausgang des Tales finden vor der Wüste Jeruel. Nicht ihr werdet dabei kämpfen müssen. Tretet hin, steht und seht die Rettung des Herrn, die er euch verschafft. Judah und Jerusalem fürchtet euch nicht und seid nicht niedergeschlagen. Zieht ihnen morgen entgegen, und der Herr wird mit euch sein. Oh, wie wunderbar sind diese Verheißungen. Wie wunderbar sind diese Verheißungen, ihr Lieben. Wundervolle, mutmachende Verheißungen sind das. In Vers 15 sagt er, fürchtet euch nicht und seid nicht niedergeschlagen vor dieser großen Menge. Menschlich gesehen hätte man niedergeschlagen sein müssen und voller Furcht sein müssen. Aber Gott sagt, nein, 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 die Sache ist nicht mehr eure Sache, ich übernehme die Sache jetzt. Oh, Souveränität sage ich nur. Ich meine, Josaphat hat gut daran getan, dem Herrn alle Souveränität zuzuschreiben. Und auch wenn es nicht hier so geschrieben steht, gehe ich fest davon aus, dass der Herr gesagt hat, das gefällt mir. Und ich werde dir zeigen, dass es so ist. Wunderbar, oder? Ist wunderbar. Vers 17, nicht ihr werdet dabei kämpfen müssen, tretet hin, steht und seht die Rettung des Herrn, die er euch verschafft. Judah und Jerusalem. Amen. Also Josaphat hat bekannt und ausgerufen, in uns ist keine Kraft. Und Gott hat geantwortet und hat gesagt, alles klar, ich weiß, dass in euch keine Kraft ist. Ich habe es zur Kenntnis genommen. Hast du gut daran getan, das nochmal zu bekennen? Ja, Jesus ist der hohe Priester unseres Bekenntnisses. Du tust gut daran, das zu bekennen. Und Gottes Antwort war, fürchtet euch nicht, der Kampf ist nicht eure Sache, sondern meine. Wunderbar, wunderbar. Halleluja. Und lasst uns jetzt sehen, wir wollen weiter Josaphat studieren, wie er dann weiter hineingegangen ist in die Situation, was jetzt seine Reaktion auf diese verheißungsvolle Antwort Gottes war. Die Verse 18 bis 19, 2. Chronik 20, 18 bis 19. Da neigte sich Josaphat mit dem Gesicht zur Erde und ganz Judah und die Bewohner von Jerusalem fielen nieder vor dem Herrn, um den Herrn anzubeten. Halleluja. Und dann geschah etwas, ihr Lieben. Vers 19. Und die Leviten von den Söhnen der Kehatiter und von den Söhnen der Korachiter standen auf, um den Herrn, den Gott Israels, zu loben mit überaus lauter Stimme. Okay, wir sehen hier wieder jetzt ein Prinzip. Ich habe das schon mal von gepredigt. Ich glaube, es war zum Jahreswechsel, wo es auch um Lobpreis und Kriegsführung, geistliche Kriegsführung ging. Und hier sehen wir dasselbe Prinzip. Ja? Lobpreis mitten im Krieg. Die Botschaft war, sie stehen vor den Toren der Stadt. Zieht zu ihnen hinaus. Sie sind schon bereit, alle zum Kampf. Aber dann haben sich die Leviten erhoben. Und ihr Lieben, lasst uns beachten, die Leviten waren nicht irgendwie so eine charismatische Truppe, die jetzt aufgestanden ist, um zu singen, um die kleine Atmosphäre so ein bisschen aufzulockern. So nach dem Motto, oh, die Versammlung ist so ein bisschen niedergedrückt, die sind jetzt alle so anbetend. Da würde es jetzt mal gut passen, wenn wir so ein bisschen Lobpreis mit reinmixen, damit der Gottesdienst sich so ein bisschen gut gestaltet, weil wir wollen ja auch die Gäste erreichen. Das waren aber nicht die Leviten. Sondern die Leviten waren die von König David wie zuvor bestimmte Fraktionen sozusagen unter den Juden, die nur einen einzigen Dienst hatten. Und das war Lobpreis. Sie waren für den Gesang am und im Hause des Herrn zuständig. Sie waren die sozusagen ordinierte Lobpreistruppe des Volkes Gottes. Und dass diese jetzt aufgestanden sind und Lobpreis dort gemacht haben, war nicht bloßer Zufall, sondern es war der Beginn der geistigen Kriegsführung. Der Krieg hat auf dem Schlachtfeld noch nicht begonnen, aber die Leviten haben ihre Position erkannt und haben schon, bevor der Krieg draußen gekämpft wird, angefangen, die Schlacht im Geiste zu führen. Und das ist so bemerkenswert. Und wenn wir nur dieses Prinzip verstehen, werden wir alleine hier in Bremerhaven und mit unserer Gemeinde und mit den Leuten, die es im Glauben ernst meinen, wirklich Land einnehmen. Amen. Also, nochmal, die Leviten waren die vom König David bestimmten Diener des Lobpreises für den Herrn. Amen. Und das, ihr Lieben, ist auch eine exakte Dienstbeschreibung für ein biblisches Lobpreisteam. Die Männer und Frauen, die hier im Lobpreis stehen, stehen an der Front. Und jedes Mal, wenn jemand hiermit in diesen Lobpreis auch möchte, sagen wir immer wieder, okay, bete dafür, wir beten dafür, fasste darüber und du wirst verwundet werden. Auf jeden Fall. Du stehst im Krieg. Du stehst im Krieg. Das ist unsere Aufgabe als Lobpreisteam, an der Front zu stehen. Wir werden das gleich noch sehen, okay? Ausgesonderte Männer und Frauen Gottes, die Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr in den Kampf ziehen und das Volk Gottes mitziehen vor das Angesicht Gottes. Dort, erinnert euch, Paulus sagte, ihr kämpft nicht gegen Fleisch und Blut, sondern ihr kämpft gegen Gewalten und Herrschaften und Mächte in der himmlischen Welt. So, deswegen sage ich, wir sind tagtäglich im Krieg. Ihr müsst jetzt nicht dabei denken, dass wir jetzt so was so ein Schlachtfeld wie aus der Zeit des Bürgerkriegs jetzt vor uns haben, aber geistlich gesehen in himmlischen Regionen ist das so. Da sind finstere Mächte über Städte, finstere Mächte über Regionen, finstere Mächte. Als David, nee, Daniel betete, war da ein Fürst von Persien, der ihm widerstanden hat und ein anderer Engel Gottes musste dort kämpfen und wurde zurückgehalten, tagelang. Und ist dann zu Daniel gekommen, habe ich gesagt, ich hätte schon eigentlich viel eher hier sein können, aber ich war im Kampf verwickelt. Und wir sind im Kampf verwickelt. Und um uns herum sind Engel Scharen, die kämpfen mit uns, kämpfen für uns, aber unser Teil ist es, den Herrn zu erheben, den Herrn zu lobpreisen, dem Herrn zu singen und das geistliche Schwert beim Singen zu führen. Amen? Amen? Okay. Und das tun wir. Wir ziehen also täglich, will ich sagen, in den Krieg mit Gebet, Gesang und Instrumenten. Ich habe gestern, es war so schön, weil ich ja in der Vorbereitung für die Verkündigung war und dann sah ich so meine Gitarre neben mir und ich saß so am Schreibtisch und gucke immer wieder so zur Gitarre. Auf einmal nehme ich so, diese Gitarre war das, nehme ich so und habe so die Seiten so aus dieser Perspektive, dass ich so die ganzen Seiten so sehen konnte und da kam ich mir so vor wie einer, der wirklich so wie so ein Gewehr oder sowas hält oder so eine Waffe hält und ich habe so auf einmal so eine Gänsehaut bekommen, dass ich dachte, dass der Herr, das Wort Gottes sagt auch, er lehrt uns den Ehrenbogen zu spannen. Ja, wir schießen hier nicht mit Flitzebogen um uns, aber die Pfeile, die wir schießen, auch durch Instrumente und durch das, was wir sagen, die sind gewaltiger als jeder Pfeil, den du mit einem Flitzebogen schießen kannst und das wurde mir gestern so ein bisschen bewusst, dass ich wirklich, ich habe wirklich Gänsehaut bekommen. Okay, das nur nebenbei. Also, wir erklären durch unsere Gebete, durch unseren Gesang und mit unseren Instrumenten Gottes souveräne Herrschaft vor Himmel und Erde. Amen? So, und das haben jetzt hier die Leviten in unserem Predigtext getan und Josaphat hat etwas verstanden von diesem überaus wichtigen Dienst der Leviten und wir werden gleich noch sehen, wie wichtig er ist. Er hat etwas verstanden davon, dass die Leviten nicht einfach nur irgendwelche Kirchensänger waren, sondern er, Josaphat, hat verstanden, dass die Schlacht, wie groß auch die Armee dort draußen sein mag, hier im Lobpreis beginnt und das finde ich sehr herausragend und so tat Josaphat etwas sehr Außergewöhnliches am Tag des Auszuges der Schlacht und Gott hat ihm das nicht so gesagt, sondern Josaphat hat etwas verstanden und ich möchte, ich bete darum und ich wünsche mir, dass wir verstehen, dass der Herr uns die Augen auftut für das, was geschieht, wenn wir hier Lobpreis machen. Ich war heute richtig berührt, als ich euch ermutigen durfte, zieht eure Tanzschuhe an und lasst uns vor dem Herrn tanzen und ihr habt getanzt. Aber oftmals ist es so, ich meine, von hier oben haben wir so eine Position, wo wir leider oft auch so Menschen sehen, obwohl ich mag das nicht gerne, ich gucke immer lieber irgendwo anders hin. Weil leider ist es manchmal so, da sind wir im Lobpreis und es werden Schlachten gekämpft. So. Ich meine, ich will es kein, ich will es kein jetzt irgendwie, ich will da keiner auf die Füße treten, wir sind alle ja irgendwie anders gestrickt, aber ich sage dir eins, egal wie ruhig du bist, egal wie ruhig und was für ein ruhiges Gemüt du auch hast, wenn du erkennst, was im Lobpreis abgeht, um uns herum, in der geistlichen Welt, dann wirst du deine Hände nicht mehr unten halten können, du musst sie erheben, du, du musst sie erheben, nicht weil du gezwungen wirst von irgendjemandem, sondern weil du überwältigt wirst von dem, was in der Himmelswelt abgeht. Als Elisa stand vor der Heeresmacht, die ihn umringt hat, war der Knecht Elisas völlig verängstigt und gefürchtet. Und Elisa sprach, fürchte dich nicht, die, die mit uns sind, sind mehr als die, die gegen uns sind. Und dann hat er gebetet, der Prophet, Herr, tu ihm die Augen auf. Und was sah der Knecht? Die Berge um ihn herum standen in Flammen, weil das Herr Gottes, das Herr Gottes um sie herum war. Und nichts Geringeres ist, wenn wir in den Lobpreis gehen. Nichts Geringeres geschieht, wenn wir in den Lobpreis gehen. Ihr Lieben, die ganzen, die ganzen, alles, was um uns herum hügelig sein mag, alles, was der Satan aufbauen will und aufbäumen will mit seinen Bergen und Ängsten und Nö, es setzt sich alles in Brand. Wenn wir den Herrn erheben und unsere Stimmen erheben mit Gesang und Instrumenten, der Herr zieht für uns in die Schlacht. Amen? Amen. Und so tat Josaphat, ich sag's nochmal, etwas Außergewöhnliches, Verse 21. Und er beriet sich mit dem Volk und stellte Sänger für den Herrn auf, die Loblieder sangen in heiligem Schmuck, indem sie, was steht da bei euch, vor oder hinter den Gefolgschaften standen? Wo standen die Lobpreissänger? Vor. Josaphat nahm die Lobpreissänger, die, die dort nun waren, die angetan waren, im heiligen Schmuck, in Heiligkeit, abgesondert für den Herrn, mit all ihren Instrumenten und hat die Sänger vorne an die Front gestellt. Und darum habe ich vorhin gesagt, wenn wir als Lobpreisteam auch hier zusammen sind, wir stehen an der Front und ja, wir werden vielleicht auch mal verwundet, aber wir stehen dort und es ist ein Krieg entbrannt. Und Josaphat hat das Lobpreisteam Israels und Judas sozusagen vorne an, in die ersten Schlacht reingestellt und danach erst die Kämpfer. Das ist wunderbar, das muss ein wunderbares Bild gewesen sein. Also er beriet sich mit dem Volk und stellte die Sänger für den Herrn auf, die Lobpreislieder sangen in heiligem Schmuck, indem sie vor den zum Kampf Gerüsteten auszogen und sprachen, preis den Herrn, denn seine Gnade währt ewig. Halleluja. Amen. Ihr Lieben, ist das nicht atemberaubend? Es ist absolut atemberaubend. Ich meine, lasst uns das mal vor Augen führen. Jeder weltliche General würde uns jetzt absolute Dummheit attestieren. Er würde sagen, hör mal zu, mein Junge, die Lobpreiser, die gehören am besten noch in die kleine Spielmannskapelle, die ganz hinten, ganz hinten hinter den Schlachtrein hinterher zieht und dann vielleicht ein kleines Tamtam macht. Aber ich sag dir jetzt mal was, ich bin General und ich war schon auf vielen Schlachtfeldern dieser Erde und ich sag dir was, die stärksten Männer und die besten Fahrzeuge und die stärksten Waffen, die müssen ganz nach vorne. Aber Gott sagt, verlass dich nicht auf deinen gesunden Menschenverstand, sondern vertraue auf den Herrn. Wir stellen die Lobpreissänger ganz nach vorne. Amen. Amen. Wir stellen die Lobpreissänger nach vorne. Und auch wenn es aus weltlicher Sicht eine absolut dumme taktische Kriegsführung ist, wir stellen den Lobpreis nach vorne. Amen. Amen. So. Als die Leviten an der Front ihre Stimme erhoben, entblößte Gott seinen mächtigen Arm. Wunderbar. Vers 22. Seht ihr, wie schnell das geht, dass man so durch 24 Verse geht? Gerade mal fünf Minuten haben wir verbracht und wir sind schon am Vers 22. Okay. zu der Zeit, Vers 22, zu der Zeit, da sie mit Jubel und Lobgesang anfingen, legte der Herr einen Hinterhalt gegen die Söhne Ammon, Moab und von dem Gebirge sie ihr, die gegen Judah gekommen waren und sie wurden geschlagen. Ihr Lieben, nicht bevor und auch nicht nach dem, sondern zu der Zeit, als sie mit Lobgesang anfingen, legte der Herr einen Hinterhalt. Überleg dir mal, was das heißt. Vielleicht bist du heute hier und du sagst dir, okay, ich hab's nicht so mit dem Singen. Ich bin nicht unbedingt so der Sänger. Aber ich sag dir, einige Dinge geschehen erst dann, wenn du singst. Es gibt Dinge, die geschehen auch schon vorher, ja, und der Herr handelt auch, wenn wir beten, aber es gibt spezielle Dinge, die geschehen, wenn du anfängst zu singen. Gott hat den Hinterhalt nicht zuvor gelegt und Gott hat den Hinterhalt auch nicht danach gelegt, sondern zu der Zeit, als sie den Lobgesang erschallen ließen, hat der Herr den Hinterhalt gelegt. Amen? Ist gewaltig. Ist einfach gewaltig. Und ich wünsche mir von Herzen, dass wir wirklich, wie ich es eben gesagt habe, dass wir erkennen, dass uns der Herr wie dem Knechte des Propheten, möchte ich, das bitte ich den Herrn, dass er uns die Augen öffnet, wenn wir den Lobpreis vor ihm bringen, was um uns herum geschieht. Amen? Okay, 23 und 24. Zweite Chronik 20, 23 und 24. Und die Söhne Ammon und Moab, wie gesagt, das sind die Feinde Josaphats, ja? Sie standen auf gegen die Bewohner des Gebirges und das sind auch die Feinde, hört sich jetzt ganz komisch an, die Feinde standen gegen die Feinde auf. So wunderbar. Um an ihnen den Bann zu vollstrecken und sie auszutilgen. Und als sie die Bewohner von Seir aufgerieben hatten, halfen sie sich gegenseitig umzubringen. Das muss man sich mal vorstellen. Da ist eine ganze Armee, ganze Gefolgschaften von mehreren Ländern sind gekommen, um Josaphat zu vernichten. Aber als die Lobpreissänger angefangen haben mit dem Gesang, hat der Herr so eine Verwirrung im Lager des Feindes gestiftet, so ein Durcheinander gestiftet, dass sie angefangen haben, sich selber zu bekriegen. Und als sie gesehen haben, da ist ja kaum noch einer übrig, da haben der Rest sich auch noch selber umgebracht. Das heißt also, das Volk Gottes hat nicht mal einen Finger krumm gemacht, um den Sieg zu erringen, weil der Herr gesagt hat, es ist nicht mehr eure Sache, sondern meine. Wunderbar. Und Judah kam auf den Aussichtspunkt zur Wüste hin und sie sahen sich nach der Menge um und siehe, da waren es Leichen, die auf der Erde lagen, niemand war entkommen. So ist es, wenn der Herr in den Krieg zieht. Amen. Der Herr sprach, die Rache ist mein. Amen. So ist es, wenn unser Gott in den Krieg zieht. Und ich denke, dass uns der Herr durch den Vers 22 etwas sehr Bedeutendes im Hinblick auf geistgewirkten Lobpreis sagen möchte. Ihr Lieben, unser geistgewirkter Lobpreis, ich meine jetzt unser aller, nicht nur vom Lobpreisteam, sondern unser geistgewirkter Lobpreis bringt Verwirrung ins Lager des Feindes. Geistgewirkter Unser geistgewirkter Lobpreis, ob hier als Gemeinde oder zu Hause in deiner Kammer, bringt Verwirrung ins Lager des Feindes. Das ziehen wir aus dem Vers 22. So war es gewesen. Amen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass Satan geistgewirkten Lobpreis der Kinder Gottes nicht ausstehen kann und flieht. Er kann es nicht aushalten. Er kann es nicht. Überleg dir das doch nun mal. Ich meine, durch was wurde er überwunden? Durch des Lammes Blut. Was sagt die Offenbarung? Wir waren heute durch das Zeugnis unserer Schwester Ines in der Offenbarung. Was sagt die Offenbarung? Und sie haben ihn überwunden durch das Blut des Lammes, durch das Wort ihres Zeugnisses und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Schluss. So, im Lobpreis rühmen wir die Kraft des Blutes des Lammes Gottes. Wir erheben im Lobpreis unsere Stimmen von dem Zeugnis, was Christus auf Golgatha tat. Der Satan ist durch diese Dinge überwunden worden. Er ist zu Fall gebracht worden. Er ist besiegt worden durch diese Dinge. Wenn er von diesen Dingen hört, kann er nicht bleiben. Er kann nicht. Er flieht, weil Golgatha real ist. Amen. So, und darum, darum bin ich fest davon überzeugt. Er wird fliehen, wenn wir lernen, geistgewirkten Lobpreis vor unseren Gott zu bringen. Amen. Und das nicht zuallererst aufgrund unseres tollen Gesangs, sondern weil Gott selber handelt und weil er im Lobpreis seines Volkes wohnt und thront. Amen. Weil er da ist, weil er gegenwärtig ist, wird Satan nicht bleiben können. Amen. Wenn Gott für uns ist, erschüttert er das Lager des Feindes und bringt große Verwirrung. Amen. Wie war es mit Paulus und Silas, als sie gefangen genommen wurden in Philippi? Paulus und Silas, ich meine, man muss sich das jetzt mal wirklich vorstellen. Diese beiden, die haben es wirklich nicht leicht gehabt. Die wurden mit Stöcken geschlagen, dann wurden sie nackig ausgezogen und dann wurden sie in das Innerste des Gefängnisses mit den Füßen in den Stock gelegt. Und wenn wir von einem Gefängnis sprechen, dann sprechen wir nicht von so einem komfortablen Gefängniszellen wie hier in Bremerhaven mit fließend Wasser. Ja, in Philippi gab es auch fließend Wasser, doch die Wände runter. Und dort saßen sie meistens in ihren eigenen Hinterlassenschaften, weil es wurde ihnen bestimmt nicht erlaubt, mal eben den Stock aufzuschließen, um dann das nächste stille Örtchen aufzusuchen. Sondern da bist du, eigentlich warst du dort am Hinsiechen. Und ich glaube, dass es passt, wenn wir sagen, Paulus und Silas waren in einer furchteinflößenden, katastrophalen, ängstlichen Situation. Aber was haben sie getan? Das Wort Gottes sagt, um Mitternacht haben sie Gott gelobt und gepriesen. Und als sie angefangen haben, Gott zu loben und zu preisen, so laut, dass es sogar die Gefängnisinsassen hörten, da hat der Herr das ganze Gefängnis erschüttert und sie befreit. Ich sage euch das einfach nur, dass ihr auch nochmal ein neutestamentliches Zeugnis von dem habt, was Joschafat erfahren hat. Gott ist derselbe. Er handelt heute noch genauso. Es hätte jetzt einer sagen können, ja, aber Sven, die Dinge, die du da erzählst, sind alle aus dem Alten Testament, dafür brauche ich aber neutestamentliche Beweise hier hast du einen. Amen? Gott ist unser Lobpreis auch heute noch so wichtig wie zu der Zeit, als damals die Leviten. Heute sind wir die Leviten, die Lobpreise. Wir sind die Leviten, ja. Aber du hast Lobpreis in deiner Kehle und Gott nimmt es sehr, sehr ernst. Amen? Amen. Okay, wir kommen zum Schluss. Was lernen wir heute aus dieser Begebenheit im Leben des Königs Joschafat? Zunächst einmal folgendes. Geistlicher Lobpreis und geistliche Kriegsführung, nehmt das jetzt mit bitte, dass ihr das für euch auch anwenden könnt. Wir lernen, dass geistlicher Lobpreis und geistliche Kriegsführung Hand in Hand gehen und sie beginnen mit den Gebeten des Glaubens, in denen wir alle Herrschaft und Souveränität Gott zuschreiben. Dort, dort schon. Ja, ich möchte fast sagen, Joschafat hat schon die Schlacht im Geist angefangen, als er so gebetet hat. Auf jeden Fall. Der zweite Punkt, geistlicher Lobpreis und geistliche Kriegsführung sollten beide mit Gesang getätigt werden. Beide, beide. Und jetzt soll keiner sagen, ich kenne uns ja so ein bisschen, ja, aber Sven, ich kann nicht singen. Lass dich nicht belügen. Das ist eine Lüge. Jeder von uns kann singen. Jeder von uns. Jeder von uns kann singen. Nicht jeder kann schön singen. Und nicht jeder trifft alle Töne. Und nicht jeder bleibt voll auf der Melodie und auf den Notensätzen und im Takt. Gebe ich zu. Aber jeder von uns kann singen. Lass dich nicht vom Satan belügen. Lass dich nicht vom Satan belügen, denn er weiß um diese mächtige Waffe. Ihr Lieben, der Satan weiß um diese mächtige Waffe. Und darum kommen wir oft her und sagen, ich kann nicht singen. Du kannst singen. Du kannst singen. Wenn mein Sohn, als er drei Jahre alt war, aus dem Kindergarten kam und mir seine Lieder vorgesungen hat, dann kannst du das auch. Und wisst ihr, wie es mich bewegt hat? Da kam mit drei oder vier Jahren, kam der kleine Bengel an und hat mir ein Lied vorgesungen. Und in diesem einen Lied waren vier verschiedene Lieder, sechs verschiedene Strophen und alles zusammen, irgendwie, und es hat sich nach einem Lied angehört, und ich habe nicht herausgefunden, welches er jetzt gerade singt. Es waren wohl mehrere zur selben Zeit, aber es war wunderbar. Es war wunderbar. Und der Vater im Himmel wird der Letzte sein, der sagt, was willst du denn jetzt mit so einem Quatsch? Sondern er wird das tun, was auch ich tat, obwohl ich so ein schlechter Vater bin. Wenn schon wir schlechte Väter wissen, unseren Kindern gute Gaben zu geben. Wenn schon ich mich über das gefreut habe, wie viel mehr der Vater im Himmel, wenn wir unsere Stimmen zu ihm erheben im Gesang. So nehmt das für euch mit. Geistlicher Lobpreis und geistliche Kriegsführung in deinem Kämmerlein werden mit geistlichem Gesang getätigt. Amen? Und viel wichtiger, vielleicht das noch zur Ermutigung, viel wichtiger als unser Talent zum Singen ist unser Herz. Viel wichtiger als das Talent zum Singen ist dein Herz. Gott hat gesagt, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber sein Herz ist fern von mir. Wenn unser Herz in der Sache ist, ist es unerheblich, ob du die Töne triffst. Amen? Okay. Meine abschließende Ermutigung. Wir sind gleich am Ende. Wirklich, es ist nicht mehr viel. Meine abschließende Ermutigung. Erstens, singe dem Herrn den Lobpreis in deiner persönlichen stillen Zeit und mit deiner Familie. Okay? Nimm das mit für dich. Singe dem Herrn im Lobpreis in deiner persönlichen stillen Zeit, aber auch mit deiner Familie. Okay? Bei all den Schlachtfeldern, die sich täglich vor uns auftun, ich sag's mal so, und uns zum Kampf zwingen und auffordern, sollten wir erkennen, dass Gott uns eine der effektivsten Waffen gegen den Feind gegeben hat im Gesang und im Lobpreis. Du kannst hier meinetwegen so viele Taktiken zusammenbasteln, wie du willst. Ich glaube daran. Die biblischen Beispiele geben uns Recht. Der Sieg über Jerechio. Josaphat, Paulus und Silas, alle haben von der Macht des Lobpreises profitiert. Und so werden auch wir, wenn wir anfangen zu singen. Amen? Amen. Und wie ein Soldat seine Waffe pflegt, wie ein Soldat seine Waffe pflegt, pflege du auch deine Waffen. Was heißt das jetzt in Bezug auf Lobpreis? Ja? Nimm dir täglich Zeit, um dich im Gesang ein bisschen zu üben. Ich meine, du wirst dich schwer damit tun, Lieder dem Herrn zu singen, wenn du nicht anfängst, Lieder zu lernen. Ist das richtig? Weil wir haben nicht immer das Gesangsbuch mit. Haben wir nicht immer. So, also, lerne dein Herz beständig, damit fangen wir mal an, lerne dein Herz beständig im Wort Gottes zu baden. Und alleine daraus wird schon viel Lobpreis kommen. Wie gesagt, die Psalmen sind auch nur gesungene Gebete. So, Lobpreis ist eine Herzensangelegenheit zuallererst. Dann, vielleicht, wenn es dir möglich ist, lerne ein Instrument zu spielen. Oh, Sven, du weißt nicht, was ich alles so zu tun habe und du kennst meinen Zeitplan und meine Zeiteinteilung nicht. Nee, kenne ich auch nicht, aber ich habe auch mit 30 angefangen, Gitarre zu lernen. Und? Brauchte ich auch keine Musikschule für dem Herrn gefällt. Wem es nicht gefällt, soll weghören. Aber ich habe einfach mit 30 angefangen. Ich habe mir zum Geburtstag von meiner Frau eine Gitarre gewünscht, da hängt sie. Und dann, ich konnte noch nicht spielen, aber ich habe gesagt zu Rebecca, ich will spielen. Ich habe bei einem Bruder, bei einem Bruder im Herrn, habe ich gesehen, wie schön das ist, wenn er einfach spielt. Und ich muss euch sagen, die Zeit im Lobpreis, die ich zu Hause habe, in meinem Kämmerlein, ganz alleine, nur ich und der, ist so wunderbar. Und ich möchte die Gitarre nicht mehr missen. Ich möchte die Gitarre nicht mehr missen. Und ich bin jetzt schon immer am gucken, wie richte ich es ein, dass ich noch ein Instrument lerne. Ich habe noch so zwei Instrumente, die ich so toll finde, aber fang mit einem an. Fang an einfach. Fang an und der Herr wird dir da Zeit geben. Okay? Und mach Anbetung, und davon hat Lutz auch mal gepredigt, mach Anbetung, wirklich, und Lobpreis zu einem Lebensstil. Amen? Du wirst sehen, wie Gottes Arm sich entblößt, um dir zu helfen. Okay, und die zweite und letzte Ermutigung, danach ist Schluss. Mach dir bewusst, dass dieser Lobpreisdienst echter Krieg ist. Ja? Mach es dir bewusst, tagtäglich, dass du diesem Krieg nicht entkommen kannst. Es gibt für uns keine Wahl. Es gibt für uns, das hört sich vielleicht erst mal schrecklich an, aber wenn wir erkennen, was uns der Herr gegeben hat an Macht und an Kraft, in dem er uns zur Seite steht, ist es nicht schrecklich. Wir müssen einfach realistisch sein und sehen, dass wir in einem fortwährenden Krieg verwickelt sind und wir uns dem gar nicht entziehen können. Ich meine, wo willst du denn hinfliehen? Wo du sagst jetzt, jo, warte mal, ein Ticket nach Barbados, ich glaube, da werde ich Frieden haben. Wirst du nicht? Auch auf Barbados wirst du keinen Frieden haben, wenn du Christus gehörst. Was? So, wir sind tagtäglich im Krieg verwickelt und mach dir das einfach bewusst, dass dieser Dienst des Lobpreises eine echte Waffe im Krieg ist. Und du kannst selber entscheiden, du selber hast es in der Hand. Gehe ich in den Krieg unbewaffnet? Gehe ich in den Krieg ungeschützt? Gehe ich in den Krieg unvorbereitet? Oder gehe ich hinein, wie es mir die biblischen Vorbilder vorgelebt haben und hinterlassen haben. Amen? Amen. Okay, das war's. Lass uns beten. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, Vater, für dein Wort und dass wir in deinem Wort immer wieder Sicherheit finden und sehen, wie du deine Gnade, deine Macht, deine Souveränität erwiesen hast, deine Treue erwiesen hast an den Deinen. Halleluja. Vater, wir bitten dich, dass du unsere Augen auftust. Ja, Herr, dass wir es gerade behandelt haben die ganze Zeit. Ich bitte dich so sehr, Vater, tu unsere Augen auf, tu unsere Augen auf, tu unsere Augen auf, tu unsere Augen auf, Vater. Tu unsere Augen auf, dass wir sehen, dass wir sehen, Herr, wie mächtig du um uns herum bist, welch ein Schutz, weil du uns bist, welch eine feste Burg, welch eine Hilfe in Zeiten der Not du doch bist und was du uns in die Hand gegeben hast für eine mächtige Waffe, wenn wir unsere Stimmen zu dir erheben, wenn wir dich rühmen, wenn wir dich loben, wenn wir dich preisen, Herr, so geschehen Dinge, oh Herr, um uns herum, oh Herr, wo du, wo du selbst, wo du selbst für uns unsere Schlacht einnimmst, Herr. Herr, wir preisen dich, wir preisen dich für deine Größe, für deine Majestät, für deine Gnade, dass du um uns herum bist und uns nicht alleine lässt. Wir preisen dich, Herr, für deine große Güte, dass du da bist und uns nicht, uns nicht alleine zurücklässt, sondern wenn wir unsere Augen nur fest auf dich gerichtet haben, wie Josaphat gesprochen hat, Herr, unsere Augen sind auf dich gerichtet, in uns ist keine Kraft, aber unsere Augen sind fest auf dich gerichtet. Oh, oh, willst du dich nicht zu uns wenden, Herr? Willst du dich nicht zu uns herabbeugen in unsere Not? Willst du nicht, oh Herr, unsere Sache führen? Und ich weiß, du wirst sprechen, siehe, der Kampf ist nicht mehr euer, sondern Gottes Sache. Herr, wir preisen dich, Herr. So bitte ich dich jetzt, Herr, für jeden meiner Geschwister, Herr, jeden unter dem Klang meiner Stimme, der jetzt, Herr, auf dem Schlachtfeld steht, der jetzt angefochten ist, Herr, dass du ein Lied im Herzen erwächst, oh Herr, ein Gesang im Herzen erwächst, oh Herr, zum Lobe deines heiligen Namens, oh Herr, und dass du eingreifst, oh Herr, dass du dich herabbeugst in die Not, Herr, wie du es bei Josaphat getan hast, so wie du es bei Paulus und Silas getan hast, dich herabbeugst in die Not, um zu erretten, Herr, dass wir deine Herrlichkeit sehen, in Jesu Namen. Amen.